Schlagen haben und traf Mr. Prescott direkt. Ich gehe zurück und stelle mehr Fragen. Ich gehe zurück und schreibe, ich gehe zurück und schreibe. Wegen seiner Feigheit in Afrika starben meine besten Freunde. Die hätten ihn erschießen sollen. Das war sehr gute Polizeiarbeit. Ein Wunder, dass bei dem Kugelhagel überhaupt irgendjemand überlebt hat. Ab in den Kerker mit dir! Das war ein Wunder, dass bei dem Kugelhagel war. Gutes Mädchen. 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 Someone's gonna get quite the right Oh Die Haucher des Todes Umgibt euch beide Haltet euch fern von mir Leider Sind heute der Dummheit Keinerlei Grenzen mehr gesetzt Ach, ich habe letztes Mal nicht nach ihrem Namen gefragt Ich bin Evie Fry und das mein Bruder Jacob Sagen Sie, glauben Sie ein Gespenster? Nicht wirklich, nein Ja Ich selbst bin auch eher skeptisch Wir leben hier In einer der modernsten Städte der Welt Und dennoch sind ihre Einwohner dem Übersinnlichen so hörig Dass sie Scharlatanen Tür und Tor öffnen Und deshalb Trate ich dem Ghost Club bei Der ersten Gesellschaft in der Welt Die dieses Phänomen systematisch untersuchen möchte Denn die Wahrheit Wie ein Gespenst Muss erst bedrängt werden Bevor sie sich offenbart Schließen Sie sich uns an Das klingt Absolut lächerlich Warum nicht? Das klingt faszinierend Prächtig Hier ist ihr erster Fall Es gibt unruhende Berichte von mehreren Übergriffen Ich glaube, ich bin ein Wir müssen jetzt Drei Was bin ich? Ich bin in der Zeit Ich bin mir Ich bin froh. Es war grauenhaft. Glühende Augen, große Klauen und dieses Lachen. Zum Glück kamen ein paar Passanten und verjagten ihn. Jemand muss etwas unternehmen, bevor er erneut zuschlägt. Klauen und dieses Lachen. So einfach ist es nicht. Er muss da lang sein. Vielleicht ist die Legende wahr und er hat wirklich riesige Clown. So einfach nicht. Er muss da lang sein. Ein schwer bewachtes Lagerhaus. Ich frage mich, was sie da so schwer bewachen. Nur nichts Unüberlegtes, verstanden? Kümmer dich drum! Das ist dein letzter Kampf! Jetzt nehme ich aus wie ein Fisch! Verschwinde! Was wäre denn da jetzt? Was? 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 was dich allzu lange durch ich werde Ich kann dir die Rübe wegrüßen. Scheiß drauf, die ist abgehauen. Ich gehe weiter. Sie ist verdammt schnell. Zurück! Abschied! Biest die Augen, er sich aufsieht. Ich steck dir an andere vor, wenn ich mit dir fertig bin. Geist dir nicht immer nur nach dem Land! Geist dir nicht! Aber jetzt kommt es an uns zu Hause. Ich habe das nicht aufgelen. Ich bin ein paar Sachen. Ich bin ein paar Sachen. Ich bin ein paar Sachen, die sich schützt. Ich bin ein paar Sachen. 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 Ja, das war's. Wenn Sie zufrieden sind, bin ich es auch. Ich bin es auch. Er hat dir nichts zu suchen! Lass sie hier weg! Ich hab' mich schon auf ein bisschen Sport gefreut! Wer bist du, dass du uns den Spaß verwirrst? Der Abschaum von London ist nicht besser als Tiere! Und so wird er auch behandelt! Wir lassen uns von Jack inspirieren! Der weiß, wie man die niederen Klassen backt! Die Gäste ist für die Wurzelle! Die Gäste ist für die Wurzelle! Das war es für uns! Der Körger ist für den Niemann. Der Körger ist für die Wurzelle! Ich habe das für die Wurzelle! Siehst du? Wer bist du, dass du uns den Spaß verwirrst? Der Abschaum von London ist nicht besser als Tiere und so wird er auch behandelt. Wir lassen uns von Jack inspirieren. Der weiß, wie man die niederen Klassen behandelt. Ich werde das nicht besser als Tiere schauen. Ich werde das nicht mehr so machen. Ich werde das nicht mehr so machen. Ich werde das nicht mehr so machen. Das war's für heute. 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 Hier treibt sich ein Weib rum. Fahrt zur Hölle! Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Ich hab's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.